hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play mit mir dem jan und zwar spiele ich hier den escape simulator so hier habe ich schon aufgenommen aber diese aufnahme kann man einfach nicht benutzen weil die zu sehr am ruckeln ist deswegen bin ich am überlegen ob ich jetzt diese ganzen maps noch mal machen soll oder einfach ab hier weiter spielen soll ich kann jetzt erst mal diese folge machen also hier die spitze weil hier weiß ich ja schon ungefähr was ich machen muss vielleicht funktioniert das ja jetzt hier ein bisschen besser aber mal sehen die spitze hier habe ich erst meine google die ich drehen und wenden kann wahrscheinlich muss ich irgendwie das alles daraus bekommen so was habe ich denn hier hier habe ich ein pyramide gut da ist nichts drin ok jetzt diesmal auch nichts drin den kann ich verschieben die frage ist jetzt da ist jemand ganzes spielfeld hier ist nur eine pyramide ist hier irgendwas drauf nein muss ich die hier irgendwie platzieren wie krieg ich in dieses feuer an ich habe ja eigentlich nichts ne es hat aber ich in das entdecke ich habe hier zwei bieten mit denen ich eigentlich glaube ich hin ich habe hier noch ein feuerzeug kann ich das jetzt benutzen um das hier anzumachen jetzt brennen hier auf jeden fall erstmal jedes feuer ohne notiz endlich habe ich den gipfel erreicht unnötig zu sagen dass er aus sich alles erfüllt weil ich erwartet habe meine gefühle sind durcheinander auf der einen seite bin ich froh dass ich es geschafft habe aber auf der anderen seite habe ich das bedürfnis weiter zu gehen ich weiß nur dass ich mich beeilen muss denn meine letzte ziel ist noch nicht erreicht ps ich habe es gefunden ist das heißt soll mir jetzt diese nutiz sagen muss ich jetzt hier erst mal ist hier wieder was zum einsammeln wo ich jetzt hier einfach erst mal einfach 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 in anführungszeichen eine zum leuchten bringen also ein stück rüber jetzt noch da hinten jetzt hier runter also gleich jetzt versuchen mal jetzt Und jetzt noch der hier vorne. So weit. Ist da hinten noch einer? Wie soll ich den denn treffen? Wie soll ich das? Hä? Wie? Warte mal. Die passt da nicht rein. Fuck. Jetzt sehe ich erst, was ich hier machen muss. und nein ich muss das wieder alles zurück machen also der ist richtig dahinten uns wieder weg ja dann hinten auch der hier vorne da hinten reicht das eigentlich so muss man gar nicht so viel zielen was hat mir das jetzt hier gebracht der ist jetzt nur unter gefahren das feuer ist weg irgendwas muss mich das so gemacht haben außer dieses eine stein da steht eine figur aber die kommt auch nicht hierhin haben sie irgendwie wasser woher soll ich denn wissen ach so unten punkte was also erstmal ich muss hier eine richtige reinfolge haben genauso wie hier mit den bildern was das hier hmm ok irgendwo müssen ja noch solche pyramiden sein ach so auch der hier muss hierhin aber ich brauche hier meine figur noch und und jetzt hier eine löwe das gibt es aber nicht was hat mir das jetzt hier gebracht ich habe den hier aktiviert ich habe den hier aktiviert ich habe den hier aktiviert ach so jetzt wofür brauche ich diesen knopf kann ich nicht hier irgendwie dann mache ich jetzt mal diese wofür fange gibt es hier hier gibt es das haus jetzt habe ich jetzt zwei solche knöpfe aber wofür aber wofür ach so ach so ach so und hier kann ich den anderen rein tun so der hier steht hier steht hier der hier steht da so und hier also ach so die säule kommt dahin die kleine kommt dahin so wie hier halt ach du scheiße was hat es denn hiermit aus sich die ist in der mitte so sind das hier alles andere ja okay also einmal haben wir hier diese zeichen das hier 1 2 3 unten 2 oben links da ist das hier nur noch ein von denen zwei das hier ja gut dann würde ich jetzt erstmal sagen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal tschau ja 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 ja